übrigens an alle leute die jetzt zum ersten mal hier sind ich bin immer montags bis freitags ab 18 uhr am start momentan mit fortnite battle royale wenn euch das gefällt lasst gerne ein follow da wie das xerdi und marcel davis schon getan haben damit ihr da auch informiert werdet ansonsten einfach wieder einschalten so erster typ im squats ist schon mal dauernd von 18 uhr bis open end also meistens so zwischen vier und sechs stunden bin ich on eher sechs als vier das war der rest vom squad auch da kommt noch wer das sind jetzt ganz schön viele ja p und traum ja p und traum Der nächste, der Puschen kommt. Auch hin. Ich hab die Schnauze voll. Jetzt mal kurz ein Moment Ruhe. Meine Fresse. So, also zumindest. Jetzt gucken wir, was die dabei hatten. Alter, Mann. Reicht's denn jetzt mal? Kruzifix noch eins. Danke, danke. So, ich möchte jetzt gehen. Nein, aber ich möchte mich die Knarre da lassen. Ah.